ja jetzt ist los spielen spiel was spielt man heute wegen wegen man was suchen wir uns aus alles ja vielleicht wird man da mitspielt immer noch wartezeit mein gott sieht er ja nicht was alle spiele ausgewählt ach jetzt jetzt los 1 2 3 4 jawoll nuke naja ist nicht meine map aber spüren wir die halt auch mal na denn bist du oder nicht so meins ja aber jetzt ist ja nichts so jetzt hat schon was zu sehen ich nicht alle beide kommen da Ja, das Gute, sie müssen herkommen, die Bombe legen. Ist das CT besser dran? Musst nur warten, bis sie kommen. Als Terrorist musst du Rind machen, ne? Eigentlich braucht es ja noch hochkommen und warten, bis die Zeit um ist. Und dann passt das. Tja, wo ist er? Weg ist er. Ach, da oben war er. Sorry, Guys. Sorry. Ich war jetzt das Schlechteste. Ja, B90 gibt es noch nicht. Nämlich die, okay. Ja klar, ist immer B. Ja, fetzt ja auch ein bisschen. Boah, wo kam der her? Da habe ich ja voll hingekriegt. Diecem- Juist war. Ja. Ja. Ich kann mich jetzt noch nicht mehr übernehmen. Hm. Okay. Ouf. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich kann mich tun. Ich hab was getroffen. Da ist er auch umgefallen. Wir gehen in der Bombe leh hin, bald ja die Scheiße. Auf geht's! Wo sind denn die hin? Wo ist der andere? Okay. Der ist wurs. Noch eins. Ja, P90 ist eine geile Waffe für mich. Das Problem ist, wenn du nicht oft spielst, da wär's nicht was lang geht. Noch Zeit. He he he, ich hab ihn weggemacht. Und Statistik? Ja, ich bin nicht schlecht. Eigentlich. Letzte Runde. Wingman. 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 Wir brauchen bloß noch eins. Wenn, dann haben wir sie geschafft. Genau, lass das mal nach. Okay, nice game. Ja, das war ein geiles Spiel. Am Anfang sah es schlecht aus, aber ich hab mich ein bisschen gesteigert und der andere war auch gut. gut. Und auf der anderen Mannschaft da, der war auch schlechter dabei als die Aussagegleichen. Kein Schieter. Alles super. Das war ein schönes Game für mich, für euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Euer Michael.